fragt mich nicht es ist fragen wir doch noch mal den roboten ob er wirklich nichts über seinen grüger weiß sehen wir einfach mal wo ist er hier so ich habe den spiegel das war eine ganz schöne odyssee ausgezeichnet geben sie mir bitte sie haben meiner altehrwürdigen familie einen großen dienst erwiesen mr reed hier ihre belohnung und das wohlverdient möchte ich hinzufügen jetzt da sie den spiegel haben was haben sie damit vor ich will damit für hammond einen körper finden der eines echten trockmorten ein sumatra orang eine gute wahl sein bitte was ein sumatra orang utan ihr affen liebhaber in der stimmung zu plaudern mystery ein sumatra orang utan na gut jetzt haben wir briefe aus augmund und familienbande und jetzt machen wir mit den familienbanden weiter zur erlöser kirche wo warten die salvation habers zentrum die war hier das ist die erlöser kirche oh je er will einen körper finden für seinen bruder ja was ist das hier das kann man löschen das haben wir ja schon erledigt einen affen reject humanity become monkey die erlöser kirche sie mal wir haben sie gefunden unglaublich hier bin ich ja noch nie gewesen die tür gibt nach vorher konnte ich da noch ein tür auf polizei müsste jetzt echt aufschließen naja also dieses bild kennen wir aus dieser rückblende was sollen wir jetzt hier eigentlich machen sag mal also wir waren beim doppelgänger im haus und wir sollen herausfinden also die haben den echten brutus carpenter verschlägt und ins krematorium gebracht und der doppelgänger ist im haus und es geht irgendwie um verjüngung und in der kirche soll das da zu sein notiz aus der kirche es gelang hilda nicht den bürgermeister mit dem versprechen auf egelwirkes leben zu ködern ich fürchte wir müssen quecksilber in sein schlafzimmer schütten um unser angebot attraktiver erscheinen zu lassen ja klar ich bin auch ein großer fan von quecksilber oh nein ihr kriegt sich nicht warte der ist nicht real gehen wir uns ein antipsychotikum schon ist er wieder weg ich weiß gar nicht was ich sagen soll achso ich weiß gar nicht was ich sagen soll nicht schlecht also hier beichtstuhl gehen wir mal ins obere stockwerk ich äh stell mir auch nochmal ein paar patronen her wir haben kein schießpulver wir brauchen unbedingt schießpulver hier bei der statue gibt es noch was zu sehen abscholten wir zuerst schießpulver sie mal drei schießpulver drei zwei patronen hülsen sie mal blut aha ups nein verdammt aha ich hab's geahnt es ist es ist na was ist es denn so für ein schönes thumbnail es ist es ist es ist hier wie heißt er denn na komm verdammt nochmal es fällt mir nicht ein das eine das eine monster da auf southpark diese crap people nee was ähnliches egal ah blöd jetzt hab ich mich verdammt und bin über irgendwelche gedanken gestolpert jetzt ist der witz blöd aber nicht schlecht dass die was haben wir hier für noten kann man nicht lesen ist viel zu klein aber cool coole statue hätte ich auch gern bei mir zu hause stehen so gehen wir noch in den keller okay was erwartet uns hier aha wildbeaster okay ich kann keine patronen mehr tragen aber wir haben so wenig schießpulver das ist super ärgerlich das ist super ärgerlich es ist keine kirche sondern eine sekte ja das hätte ich dir auch so sagen können komm gib mir schießpulver patronen hütze ja klar ich brauche aber schießpulver aha sieht übel zugerichtet aus oh ja das tut er wieder diesen geruch kenne ich ein verwestes stinktier riecht sicher auch nicht schlimmer das haben wir ja schon im krematorium gesehen diesen schleim zwei schießpulver so ich will eigentlich immer i drücken um ins inventar zu gelangen was aber nicht gelingt man kommt nur mit c auf die fallmappe und mit m auf die karte glaube ich m karte x hinweis c ist fallmappe q inneres auge f taschenlampe t spielegrundlagen also i inventar wäre nicht schlecht so jetzt habe ich den schlüssel benutzt ne auf gar keinen fall auf gar keinen fall leute gehen wir jetzt irgendein ne hör doch auf als ob wir jetzt hier von der kirche irgendwo am arsch der welt wo sind wir denn hier also als ob wir da jetzt hier irgend also nein oh 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 nein der ist in einem guten zustand und könnte sofort benutzt werden der ist in einem guten zustand und könnte sofort benutzt werden wir müssen nicht tauchen das finde ich gut ist oben ja oben ist retro kognition gehen wir mal rein also was haben wir hier lasst kein einziges blatt zurück niemand soll das lesen während wir dort unten sind okay die haben da vom rand oder mitgenommen irgendwelche bücher dokumente was auch immer die sterne stehen richtig und bald beginnt der zyklus von vorn die zeit ist gekommen in den leib der mutter zurückzukehren wir werden wiedergeboren werden brüder und schwestern armen armen der leib der mutter ist das so okay was haben wir hier wartet nicht auf mich ich komm nach die sind echt auf tauchgang dort gegangen alle zusammen oder wie hä wo ist wo ist der letzte ah der ist hier bringt sie zum krematorium wir zerstören sie bevor wir tauchen ich muss herausfinden was genau hier passiert ist okay ich glaub von oben nach unten ist ne gute reihenfolge zuerst hat der typ gepredigt und gesagt es wird bald Zeit in den schoß der mutter zurückzukehren die sterne stehen richtig ganz genau ganz genau die zeit ist gekommen in den leib so wir lassen nix zurück bevor wir tauchen bringen wir sie ins krematorium ich weiß jetzt nicht waren das menschenopfer oder was auch immer bringt sie zum krematorium und dann gehen sie tauchen ich komm nach fanatiker die sich in der erlöserkirche eingenistet haben sie entledigten sich mehrerer leichen nahmen so viele dokumente wie möglich mit und tauchten ab neues für die gedankenspiele was ist das erlöserkirche dieses ein bedeutsames gotterhaus die glaubensgemeinde bittete kawiel als den herrn der wälder und hirten an ach nee das ist ja somit ist jetzt jede hoffnung dahin in der kirche etwas über die pläne in erfahrung zu bringen kirchengänger wollten brutus einächern versteckte kultisten unter der kirche keine aufzeichnung der kirche es ist keine kirche sondern eine sekte die aufzeichnung aus der kirche die die kultisten mitgenommen haben sind meine einzige hoffnung herauszufinden wie brutus carpenter wer brutus carpenter nach dem leben trachtet so was haben wir hier haben wir noch die äh hier die 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 äh dingens kirchens ja die 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 wahl okay das können wir nicht kombinieren wir haben noch die wahl wir müssen uns entscheiden ob brutus carpenter tatsächlich äh richtig sich ändern will oder immer noch der gleiche ist die aufzeichnung aus der kirche die die kultisten mitgenommen haben sind meine einzige erhoffnung herauszufinden wer da ist müssen wir jetzt tatsächlich untertauchen oh gott oh gott bitte nicht wieder unter wasser ach scheiße die haben dieselben die haben denselben clip genommen wie vorhin das ist ein bisschen schade aber egal egal es macht es trotzdem nicht weniger geil wir gehen unter wasser oh jetzt bin ich echt gespannt ach du scheiße let the lord of the woods assure the eyes you guide tauchen für t drücken also mit dem harpunengewerf kannst du feindkreide signalpistole sorgt für licht erhalten um den druck langsam wieder herzustellen falls er beschädigt ist das ding jetzt weg scheiße jetzt ist das ding weg jetzt konnten wir das gar nicht auf deutsch übersetzen naja können wir hier rauf steigen tatsächlich ganz langsam hoffentlich hoffentlich ist es jetzt nicht schlimm dass wir da jetzt nicht drauf gedrückt haben zuerst da war ja eine hand die uns die schrift hätte lesen lassen können also vorlesen wäre jetzt blöd wenn uns das fehlt um alle schlüsselhinweise zu finden und die quest irgendwie unabgeschlossen bleibt oder so etwas sonst müsste ich nochmal neu laden bevor wir runtergetaucht sind ich hoffe ich finde dann einen richtigen spielstand aber ich ich bin mal so äh ich vertraue dem dem spieledesign mal oh oh wir stellen den druck wieder her wie stellen wir den druck wieder her mit e okay diese blubberblasen sind böse ach du scheiße ah 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 ah